Hallo und herzlich willkommen. Für heute habe ich wieder ein plastisches Muster für euch vorbereitet. Ich würde euch für die von euch die keine rechte und linken Maschen stricken können, die am Anfang sind. Um zu lernen, zeige ich natürlich die rechten und linken Maschen. Diese Muster besteht nur aus diesen zwei Maschen. Das heißt, wir stricken hier haben wir rechte Maschen und dann hier dazwischen sind linke Maschen. Ich mache das jetzt so ein bisschen, dass du das besser sehen kannst. Das ist die rechte Seite. Wie du siehst, es besteht nur aus diesen rechten Maschen und dazwischen haben wir die linken Maschen. Diese Muster, diese Skizze, was ich hier vorbereitet habe, ist für Socken gezeichnet. Ich habe das jetzt mit zwei Nadel gestrickt hier. Das heißt, ich habe hier diese Muster gestrickt und auf der linken Seite habe ich das gestrickt, so wie die Maschen erscheinen. Ich zeige dir das. Ich habe versucht, bloß ich habe, glaube ich, nicht die richtige Wolle dafür genommen. Ich habe das hier versucht zu stricken mit Nadelspiel. Das heißt, man sieht das hier nicht so doll. Wahrscheinlich, wenn das, weil ich habe ganz normale Wolle genommen, wenn du Sockenwolle nimmst, wahrscheinlich würde das viel schöner oder viel besser zu sehen. Und das habe ich jetzt hier gestrickt mit, nach dieser Skizze, was ich euch gleich zeigen würde. Wie gesagt, das ist nicht so doll zu sehen. Hier zeige ich dir jetzt die Skizze. Wie du siehst, ich habe hier die linken Maschen mit Rot und ein bisschen dicker gezeichnet. Und hier haben wir von 1. bis 12. Reihe auf diese Skizze. Die 13. Reihe fängst du wieder an wie die 1. und wie gesagt, diese Skizze ist vorbereitet für Socken. Das heißt, dass wir bei Socken keine linken Maschen haben, wenn wir mit Nadelspiel stricken. Das heißt, dass wir die 2. Reihe wieder weiter stricken. 3., 4., 5. und so weiter. Nicht so wie die Maschen erscheinen, sondern so wie das auf dieser Skizze ist. Da ich jetzt hier mit, nicht mit Nadelspiel gestrickt habe, sondern mit ganz normaler Stricknadel, mit 2 Nadel, zeige ich dir, wie es geht. Ich habe hier, fange ich wieder an mit 1. Reihe und hier habe ich das mit mit rechten Maschen beendet. Da waren letzte, 2 Maschen waren links und hier waren 4 Maschen rechts. Und da habe ich die letzte Reihe, wie die Maschen erscheinen, das beendet. Und jetzt fange ich wieder an mit 2 Maschen links. Das heißt, bei mir ist, die erste ist die Randmasche und dann kommen 2 Maschen links. 1 und 2. Und dann habe ich 4 Maschen rechts. 1, 2, 3 und 4. Und schon wieder haben wir 2 Maschen links und 4 Maschen rechts. Wie du siehst, das ist, das ist ganz einfach, weil da haben wir nur die 2 Maschen rechts und linke Maschen links. Und wieder 4 und 2. Gleich sage ich euch, was für Wolle ich benutzt habe und wie viele Zentimeter jetzt hier meine Probe hat. das Britney, es schaut nach matin. Das war's. Wenn du dieser Muster Rodrigue gerade nochirusst locgst, das war es. Wenn du diese Muster für irgendein Projekt benutzt, was für Pullover, Strickjacken und so, dann natürlich die andere Seite jetzt, die linke Seite, strickst du so wie die Maschen erscheinen. Da wo linke waren, erscheinen hier rechte Maschen, da wo rechte waren, erscheinen hier linke Maschen. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich hier 2, 4, 6 Rapports habe. Jeder Rapport, das sind 6 Maschen und hier haben wir, wie gesagt, 6 Rapport und ich habe das jetzt hier gestrickt mit Stricknadel in der große 3 mm und von Drops wieder die Baby Merino, 3 mm und bei dieser, da rechnen wir 6 x 6 und wir haben jetzt hier eine Breite von ca. 12 cm, ja 12 cm sind das. Wenn du auch diese Stärke benutzt, dann weißt du genau, wie viele Maschen du brauchst und dann kannst du dir das ausrechnen. Ich glaube, das war's, mehr brauche ich euch nicht sagen. Diese Skizze, wie jedes Mal kannst du dir bei Facebook kopieren und ausdrucken und wie ich schon sagte, das ist typische Muster für Socken. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht zu dieses Muster zu sagen. Ich würde mich freuen, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Und für diesen Moment sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira